Hallo, keine Ahnung, wo wir hier anfangen sollen. Und das Licht hier, das geht. Wieso geht denn hier das Licht? Es ist hoch und die Leiter hält nicht mehr besonders. Seht ihr das Ende da unten? Da geht es richtig tief runter. Ein Brief ist von 1939. Verordnung vom 9. Februar 1923. Kommt mal mit, Leute, kommt mal mit. Ich lerne hier ein komplettes Leben auf. Polizeipräsident Berlin, Landeskriminalamt, handgeschriebener Zettel. Das komplette Leben dieses Mannes, der hier lebt, kann in diesem Haus hier nachvollzogen werden. Musik Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist PJ Adventure und diesmal geht es knackig, zackig los. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir befinden uns immer noch auf Lost Place Tour zusammen mit dem Tim von Tim und Struppi. Und hinter uns befindet sich eine Location, die seinesgleichen sucht. Und zwar ein Haus mitten auf dem Land. Da vorne sieht man es. Ich glaube, das könnte ziemlich interessant werden. Das wird ziemlich spannend. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hin. Umrunden das Ganze mal. Gucken mal, wo wir reinkommen. Und dann wird mal ein bisschen erkundet. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Also so ein paar Sachen sind auffällig an diesem Haus hier hinter mir. Und zwar vor allem diese, naja, relativ neue Skifahrenfront hier Richtung Feld hin. Das gibt es hier im Landstrich relativ häufig. Diese Skifahrentafeln unten ranzig, oben neu. Mein Stand ist 2005, soll das Ganze verlassen worden sein. Es könnte aber, und ich finde, so sieht es gerade von außen her aus, auch renoviert worden sein. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wir gucken mal rein. Vielleicht kommen wir auch überhaupt nicht rein. Ich bin gespannt. Es ist ein richtig kalter, nebliger, diesiger Tag irgendwie heute. Ja, guckt euch das nochmal an, Leute. Das sieht da oben einfach echt übelst neu aus. Keine Ahnung. Obwohl da ist was abgebrochen. Gehen wir erstmal hier übers Feld. So zugewachsen, wie das hier ist, ist sowieso fraglich, ob wir auf das Grundstück raufkommen. Und viel Sehen tut man heute eh nicht. Oh, ich hänge fest. Ah, jetzt. Alter. Okay, wir sind auf dem Grundstück. Und was gleich mal auffällt, ist folgendes, Leute. Es gab hier wohl mal einen richtigen Garten, wenn mich nicht alles täuscht. Hier liegt noch eine Schubkarre. Hier ist so ein kleiner Komposthaufen womöglich mal gewesen. Und hier ist auch noch so ein passender, ja, Rasenmäheraufsatz hinten für das Gras, der Grasverhälter. Ja, und da ist direkt die Straße. Weswegen wir so ein bisschen aufpassen müssen. Gehen wir hier mal zwischen den Ästen hindurch. Zack. Eiei, 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 eiei. Und befinden uns jetzt am sozusagenen Innenhof dieses Grundstücks. Was ist das hier? Hier ist einfach so ein Strick, der von oben nach unten geht und eine Leiter, die noch dort oben führt. Oh, die ist aber kipprig. Na ja, ganz, ganz klar ist auf jeden Fall, dass wir hier natürlich auch hoch müssen. Und am liebsten, wie Tarzan uns wieder herunterschwingen. Die Frage ist, ob hier oben irgendwas ist. Bis auf ein dunkler Raum. Oh, ist hier nicht mehr viel Hilfe. Es ist hoch und die Leiter hält nicht mehr besonders. Aber wozu ist diese Seilwinde hier gewesen? Da ist tatsächlich richtig, sieht man das, Leute? Und daran geht dieses Seil bis nach unten. Als hätte man hier oben mal irgendwas eingelagert, was man dann damit, na ja, das ist gar nicht so dumm eigentlich. Bekanntlich ist ja ein Seilzug relativ einfach, wenn man mal schwere Sachen nach oben transportieren möchte oder auch nach unten. Hier gibt es hier die zwei Garagen, gehen die auf. Oh, das sieht gut aus. Drinnen befindet sich ein Rollstuhl. Ob es hier mal irgendwie, ja, ein körperlich eingeschränktes Kind gab. Sieht ja sehr stark nach einem Kinderrollstuhl aus. Und daneben so eine ganz, ganz kleine Krücke. Ansonsten ganz viel Rümpel. Upsada, da bin ich gestolpert. Gab es noch eine Tür hier in einen Keller? Hallo? Boah, ich gehe jetzt so stark nach Heizöl, Leute. Alter, guck da mal rein, bitte. Seht ihr das Ende da unten? Da geht es richtig tief runter. Und wenn da mal ein Kind runterfällt oder irgendwie, ja doch, spielende Kinder oder nur Tiere, kommen die da nie wieder raus. Deswegen finde ich es, glaube ich, gar keine schlechte Sache, wenn wir zumindest mal so groß hier so eine Platte drauflegen. Ja, das sollte man erst mal halten, dass da niemand mehr spontan reinfällt. Einmal rückwärts gegangen, irgendwie mit dem Ball gespielt oder so. Man kennt ja Kinder, man kann schon zu spät sein. Was gibt es hier noch? Irgendwie noch so eine alte Rundelkammer. Ganz vielen alten Briefen. Obwohl es schon krass ist, dass das hier zum Beispiel anscheinend ein Brief ist von 1939. Ja, Leute, ihr lest nicht falsch. 1939. Wenn das jemand lesen kann, schreibt mal gerne einen übersetzten Brief in die Kommentare. Ich kann das nicht mehr so richtig hinziffern. Aber 1939, das ist krass. Verordnung vom 9. Februar 1923. Was ist denn jetzt los? Alter, wären das jetzt die ältesten Unterlagen, die ich je auf einem Laufens gefunden habe, oder was? Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte. 13. Dritter, oder was das sein soll? Oder 1. Dritter, 54. Eine alte Postkarte. Hier oben hat es dann zum Beispiel nochmal irgendwie so ein Prothesenstück oder sowas, was das sein soll. Da kommen wir dann wieder auf die Sache mit dem Rollstuhl, dass hier doch mal ein Kind mit Rollstuhl vielleicht gewohnt hat. Man geht einfach nur mal kurz in irgendeinen Keller rein und findet auf einmal einen Haufen Unterlagen von 1935. Hätte ich auf jeden Fall überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Mal gucken, was wir oben noch im Gebäude finden. Dann können wir jetzt ins Gebäude rein und auch da filmen. Ich bin sehr gespannt auf die Unterlagen, die wir da noch entdecken. Ach, da ist noch Heiko. Ja, das denke ich mir auch immer. Wir gehen da jetzt rein. Gut, während Heiko jetzt da vorne weiterfilmt, gehen wir mal gucken, ob wir hier durchs Gebüsch noch jemanden vortreffen. Hier ist auf jeden Fall eine Klingel. Und tatsächlich, sie funktioniert. Hallo, guten Tag. Darf ich reinkommen? Immer rein. Warte, ich tritt nochmal die Schuhe ab. Boah, war eine lange Fahrt. So, Leute, dann da befinden wir uns drin. Und was als erstes auffällt im Eingangsbereich, ist dieser riesige Blumenstrauß, der hier noch steht. Wozu auch immer. Hier sind auch noch Schlüssel irgendwie hinter der Tür. Und direkt alte Fotos. Hm, keine Ahnung, irgendwelche Demonstrationsbilder aus ganz alten Zeiten. Vieles hier ist auf jeden Fall schon ordentlich kaputt. So weit kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Hier ist eine Garderobe. Keine Ahnung, wo wir hier anfangen sollen. Gehen wir einfach vielleicht mal in die Küche als allererstes. Und gucken wir uns hier um. Es ist schon relativ dunkel. Weil es wird auch einfach immer dunkler draußen. Das ist ramschig, sondergleichen her. Gott, wo sollen wir denn hier anfangen? Witzigerweise ist hier auch irgendwie eine Kommode auf dem Kopf. Irgendwelche Bescheinigungen von 2008. Tag der Messung. Ja, okay, das sind irgendwelche Unterlagen von einem Klempner, beziehungsweise Elektroniker, der hier aufgetaucht ist. Und vor allem wichtige Unterlagen, apropos, hat man hier auf dem Tisch zuhauf. Im Übrigen ist diese Küche irgendwie vom Feeling total kalt. Wirklich richtig kalt. Nicht nur, weil es draußen kalt ist, sondern wirklich, weil einfach diese Einrichtung hier so kalt und modrig wirkt. Ach, dafür gibt es aber viele spannende Unterlagen, glaube ich, hier. Wie zum Beispiel Deka Luxemburg. Sehr geehrter Herr So und So. Das Berichtsjahr 2000 war ein schwieriges Börsenjahr. Es sind teils noch ungeöffnete Briefe hier zwischen. Weihnachtsgrüße. Meld dich doch mal bei mir. Bei meinem Vater. Deinem Onkel. Der ist inzwischen auch schon 82 Jahre alt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Hier scheint auf jeden Fall mal irgendwann so ein Kontaktabbruch stattgefunden zu haben. Es geht hier immer so weiter. Irgendwelche Unterlagen, die meisten von irgendwelchen Behörden. Und das alles liegt jetzt auch schon wieder Ewigkeiten hier. Und es riecht tatsächlich immer noch ein bisschen nach Küche hier. Aber auch so ein bisschen ranzig. Es ist so eine, naja, eine gute Kombi kann man dazu sagen. Schauen wir mal weiter. Ja, auf jeden Fall sind hier in dieser Küche auch wieder jede Menge Dinge versammelt. Auch wieder irgendwelche Medikamente, die hier oben noch stehen, die auf jeden Fall ziemlich eklig geworden sind. Eine Brotschneidemaschine, die ist auf jeden Fall super praktisch. Ein Schrank, der hier schon völlig umgekippt ist. Keine Ahnung, was da noch vielleicht drin ist. Ah, das war so ein Vorratsstrang. Der Backofen. Geht der noch? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob hier überhaupt noch Strom geht. Und das Licht hier. Das geht? Was? Jetzt wundert es mich aber doch so ein bisschen. Wieso geht denn hier das Licht? Ich denke mal, dass diese Leute, ich mach das Licht mal aus, nicht sonderlich viel Geld hatten. Hier eher in einfachen Verhältnissen gelebt haben. Und der Grund des Auszugs könnte eine Pleite gewesen sein. Das ist alles doch sehr eigenartig hier. Hier haben wir jetzt tatsächlich auch mal den Stromkasten. Und tatsächlich, der läuft noch, wie man sieht. Wäre ja auch sonst komisch. Der Herd ist hier glücklicherweise nach unten geregelt. Ansonsten ist alles oben. Das heißt, es müssten einige Strahler noch gehen. Den hatte ich aber gerade schon getestet. Der hat nicht funktioniert. So, und jetzt können wir hier in den Raum weitergehen. Und kommen hier. Was könnte das Wohnzimmer geben? Hä? Warum ist hier schon wieder so eine Spüle-artige Geschichte? Das ist halt alles so voll gemüllt, Leute. So, so voll gemüllt. Man läuft hier über sämtlichen Rempel. Wenn man jetzt hier weitergeht, kommt man hier hin. Könnte theoretisch ein Schlaf- oder Kinderzimmer gewesen sein. Aufgrund dieser Blumen dort hinten an der Tür würde ich sogar fast sagen eher ein Kinderzimmer. Hier sind auf jeden Fall auch schon wieder Sachen ohne Ende. Hier noch so ein relativ sogar zusammengelegter Pullover. Allerdings hat es hier dann auch noch so einen alten Teddybären, der so ein bisschen aussieht, als wäre er von der Firma steif. Ja, das ist schon leicht, leicht unheimlich. Und erinnert mich so ein bisschen an das Haus der Hundefrau. Da war es ähnlich von einer Unordentlichkeit. Und auf einmal dann dieser auftauchende Raum, der komplett eingerichtet war. Da sind hier auch immer wieder so persönliche Dateis, wie diese Brille hier zum Beispiel. Oder das Hemd, das noch komplett eingepackt ist. Naja, irgendjemand hat hier schon Licht angemacht in dem Raum daneben. Das scheint das Wohnzimmer gewesen zu sein. Die Lampe hängt aber tief. Ich hoffe, die hingen damals nicht auch schon so tief. Hallo? Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Sitzgelegenheiten. Und auch hier ist es wieder so dermaßen ungemütlich irgendwie. So eine Kälte. Diese Räume strahlen alle. Klar, hier ist es auch nicht geheizt, aber trotzdem von der Einrichtung. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. So eine extreme Kälte aus. Hat es hier dann noch irgendwas Interessantes? Einen schönen Ausblick aufs Feld. Und vielleicht solchen CDs. Hier, Jimi Hendrix, 1981, Rock-Hitbox. Aber nichts jetzt irgendwie, was wirklich Interessantes. Außer, dass es natürlich wieder Details sind, die ein bisschen was über das Leben dieser Familie erzählen, die hier mal gelebt haben. Leute, ich habe hier gerade nochmal was gefunden. Ich habe hier gerade Amtsgericht Tiergarten wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Leute. Mir fällt da gerade was ein. Hier liegt ein Na**-Traus-Dinger. Raus aus den Köpfen. PDS. Kommt mal mit, Leute. Kommt mal mit. Ich habe doch ganz zum Anfang, ich weiß nicht, ob ich es gefilmt habe. Ich lerne hier ein komplettes Leben auf, Leute. Ich weiß, dass uns das nichts angeht. Aber hier, schon damals, und die Fotos sind wesentlich älter, die habe ich euch ganz am Anfang gezeigt. Gegen F*** aus PDS. Genau das Gleiche. Der hat eine Anzeige gekriegt, und zwar im Jahr 2000, wegen solch einer Versammlungsgeschichte, die nicht angemeldet war. Und ganz ehrlich, mit diesen Unterlagen, die hier liegen, kann man das ganze Leben herausfinden. Sei ich Präsident Berlin, Landeskriminalamt, irgendwelche Verkehrsverbünde. Gerade bearbeite ich hier einen Schadensfall. Nimm welche Rechnungen von mehreren tausend Euro. Handgeschriebener Zettel. Da ich schon lange nichts mehr von dir gehört habe, möchte ich mich mit diesem Brief nach dir erkundigen. Ich hoffe, es geht dir gut. Dieser Brief geht an deine alte Adresse, da mir deine neue nicht bekannt ist. Über eine Nachricht von dir würde ich mich sehr freuen. Wir haben hier gerade nochmal kurz geguckt, und darüber werde ich euch jetzt nichts weiter erzählen. Aber hier liegen auch Todesurkunden drin, ja. Hier liegen Überweisungsscheine für ein Bestattungsunternehmen. Hier ist jemand ver... Ich möchte das aber im Video nicht weiter teilen, weil ich es irgendwie respektlos finde, so, so tief darin zu graben. Zumindest, das im Video hier kundzutun. Theoretisch würde ich jetzt am liebsten alles einsammeln und irgendwo hinbringen, wo es keiner mehr durchlesen kann. Hier sind alle Kontoauszüge. Und wie gesagt, selbst so persönliche Sachen, wie irgendwelche Gerichtstermine und so weiter. Lassen sich hier in diesem Haus nachlesen. Das komplette Leben dieses Mannes, der hier lebt, kann in diesem Haus hier nachvollzogen werden. Und das ist wirklich, wirklich krass. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich auf jeden Fall finde es mega heftig, hier mit dem Tim von Tim und Struppi das Ganze hier zu untersuchen. Beziehungsweise mal kurz so ein bisschen durchzuspielen. Ich hoffe, euch gefällt die Location, auch wenn es hier ziemlich verwüstet ist schon. Aber es ist echt, echt spannend, wenn man hier mal so ein bisschen, ja, sich hinsetzt und einfach mal ein bisschen wühlt. Obwohl, wühlen wurde hier auch schon genug betrieben, also echt krass. Hier haben schon andere Leute viel, viel Arbeit geleistet, was dann natürlich auch absolut respektlos ist. Wenn man jetzt hier nochmal guckt, einen Raum weiter, haben wir hier noch ein Badezimmer mit einem Kasten mit Medikamenten drin hier. Hier sind noch Pflanzen und irgendwelche Duschgele und so. Die Wanne voll mit Müll, Handtücher, Waschlappen. Ja, eine Zahnbürste steht hier nicht mehr, aber wer weiß, wo die ist, das kann ja keiner mehr ahnen. Ein kleines, aber feines Badezimmer auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt hier nochmal vorbeigeht, in ganz vielen gesammelten Videokassetten, kommen wir nach oben. Dieser eklige Vorhang hier. Tatsächlich sehr, sehr interessant hier oben sind noch alte Kinderfotos. Fotos aus einem Krankenhaus, aus irgendeinem Heim. Nochmal solche Fotos auf einem Schiff. Soldaten in einer zerbombten Stadt hinter einem Grab. Alle richten die Waffe nach oben. Komische Bilder, die passen alle nicht so richtig zusammen, aber es sind eben Bilder, die irgendwo mal rausgefallen sein werden. Sehr, sehr interessant. Naja, lasst uns hergehen, Leute. Dann kommen einem hier direkt noch mehr Bilder entgegen. Ein Kind, vielleicht der Mann, der hier dann später gelebt hat. Ich habe gehupst, riechst du es? Ja. Es riecht köstlich. Du warst ein bisschen unscharf. Bitte? Du warst ein bisschen unscharf. Weil ich gehupst habe. Ja, 6 Prozent. Okay. Ja, und wenn man den Flur dann hier nochmal zurückgeht, gibt es hier halt nochmal eine zweite Küche. Und das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Hier ist Gregor Gysi an der Wand, ein sehr, sehr altes Foto von ihm. Und auch das sagt wieder relativ viel aus, denn wir haben unten Unterlagen gefunden gerade, die nochmal so ein bisschen beschrieben haben. Und dass er irgendwie in der linken Partei ist, oder in der linken Partei war. Der war irgendwie sein ganzes Leben tätig in so einer, ja, linksextrem oder zumindest linksorientierten Partei. Hier ist noch ein zweiter Raum. Das könnte gut sein Schlafzimmer gewesen sein, wa? Aber hier sind halt wirklich Sachen, mit denen kann man nichts anfangen. Naja. Wollen wir nochmal kurz den Dachboden hochgehen. Inzwischen geht das Licht auch draußen aus, kann man so sagen. Es wird dunkel. Deswegen wollen wir uns so ein bisschen beeilen. Ich werde einfach mal ganz kurz einen kleinen Blick nur werfen auf diese Dachböden, die ich so sehr hasse. Boah, unheimlich. Ich werde da jetzt nicht hochgehen, weil ich keinen Bock habe einzubrechen. Aber auch hier ganz, ganz viel Ramsch. Ein altes Puppenhaus. Was bleibt einem da weiter zu sagen? Gehen wir wieder runter. Oh, Hilfe. Ich werde gerade fast abgestürzt. Ganz, ganz krass, Leute. Wir haben uns hier echt sehr, sehr lange irgendwie mit den Unterlagen beschäftigt, die hier lagen. Von dem ich aber erst nichts filmen wollte. Euch dann jetzt doch ein bisschen was erzählt habe. Ja, aber nicht zu viel. Weil irgendwie, ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist halt irgendwo so ein Grenzbereich, bei dem ich nicht genau weiß, wie ich damit im Video umgehen soll. Und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mittellösung jetzt gefunden. Und ich möchte hier dem Mann und seiner Geschichte auch nicht weiter schaden. Denn hier sind wirklich sehr, sehr persönliche Dinge zu finden. Gut, gehen wir hier die Treppe wieder runter, runter, runter. Mit diesem komischen Vorhang vorbei. Raus an die frische Luft. Licht aus. Und damit würde ich sagen, es reicht für diese Location. Was eine Erkundung, Leute. Ihr habt jetzt weniger mitgekriegt als wir. Wir waren da doch länger drin als gedacht. Und irgendwann ging uns hier echt das Licht draußen aus. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. So ein kleines, aber feines Video mit einer feinen, etwas ranzigen Location. Bleibt Frauen gesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Und schreibt eure Theorie vielleicht mal zu dem Ganzen in die Kommentare. Euer PJ Adventure. Ciao. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt. Du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhl. Ja. Ja. Das war wirklich nicht nur. Vielen Dank.